Aber damit habe ich ja nur ein Schild, kann ich das nicht noch werfen? Ja, keine Ahnung, ich habe sie noch nie gespielt. Ah, ich werfe es am Ende. Ah, ich habe sie noch nie gespielt. Das hat ihn fast geschossen. So, ich hab ja mal die Zeit schnell mal in die Aktion zu gehen, die ganze Scheiße. Das ist das Scheiße zu ändern. Option, Tastatur und Maus.